moin hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal heute gibt es die eine runde shakes and fidget wir befinden uns heute mal wieder auf w50 und bevor das video richtig losgeht wollte ich einfach noch mal ein kleines shoutout zu den störartigen geben hier ja das ist ja unsere community gilde also die community gilde von uns jetzt hier quasi wir beide jetzt hier so ne und ja falls ihr auf w50 spielen solltet und eventuell noch ja eine coole aktive gilde sucht wo viele von ja aus der aus der community hier von mir mit drin sind könnt ihr euch gerne melden hier bei den stören die suchen aktuell wieder ein paar leute und die voraussetzungen sind nicht mal sehr hoch ja tägliches alu spielen free to play muss man kann man sein aber das mindestlevel ist stufe 140 ja ansonsten gibt es hier nicht wieder gibt es nicht so viel zu beachten wäre vom vorteil wenn man discord oder so ansässig ist ansonsten ja meldet ihr euch einfach bei einem der offiziere am besten ist bei brisox ich glaube der hat das ganze hat da die beste übersicht auf jeden fall und ja auf jeden fall nach wie vor ein illustrer haufen und da könnt ihr gerne mal vorbei schauen wie schiel augen wie gesagt falls ja noch eine coole gilde suchen solltet hier auf w50 sehr entspannt auf jeden fall wie gesagt dem sogar free to play also alles mögliche aus der community und ja nur das beste auf jeden fall weiterhin für die störartigen hier gucken ob sie sich noch so in den top 30 hier halten können ich bin sehr gespannt weiterhin wir sind ja hier auch auf einem knappen fight zwischen platz fünf und vier das relativ knapp 3 2 und 1 ist ein bisschen schwierig aber wir geben auf jeden fall unser bestes um hier auch weiter voranzukommen und ja wir haben es jetzt hier auch gerade erfahrungsevent in kombination mit sand uhren plus epic ja das ist auch ganz cool epic braucht man jetzt eher weniger sand uhren könnte man sich überlegen ob man sich ein paar beschaffen sollte 5800 geht noch so also ich sag mal vergleich zu meinem main da muss ich auf jeden fall noch wieder hier dieses wochenende zuschlagen denn ja wenn ich so im monat grob 1000 stück oder so verbraten ich weiß nicht ganz genau dann ist das schon echt eine menge und geht auch relativ schnell denn zu ende mit den sand uhren und auf w50 es ist eigentlich relativ ratsam früh nach vielen tränken zu blättern denn wenn man hier mal in den zauberladen reinschaut kosten die tränke hier aktuell nur eine million gold also wäre es vielleicht vom vorteil wenn man sich damit ein bisschen eindeckt weil umso höher man nachher im level steigt umso teurer werden dann auch die tränke am besten kauft man sich jetzt schon unendlich viele tränke damit man sein leben lang ausgesorgt hat und spart später sogar pures gold wenn wir jetzt auch mal auf meinen main mal rüber switchen dann sieht man hier kostet so ein trank nachher bis zu zehn millionen gold das ist dann das maximale und ja auf der stufe verdient man natürlich auch deutlich mehr als auf der stufe das ist sei natürlich auch gesagt sondern aber man könnte hinten raus vielleicht doch ein bisschen sich was einsparen wenn man halt frühzeitig damit anfängt ja nach tränken zu blättern wenn man eh ein bisschen sand uhren braucht benötigt und so dann kann man das auf jeden fall mal machen und deswegen schauen wir heute mal nachher gleich mal in den ja in den zauberladen rein hier auf v50 und gucken was uns hier dieses event so bereithält auf gold gehe ich eigentlich eher weniger ich gucke aber mal einfach was man so ok also es lohnt sich überhaupt nicht auf der stufe schon auf gold zu gehen ja jetzt komme ich hier und freiwillig gold ressourcen immer noch wichtiger als die ganzen gold sachen hier das lohnt sich auf meinem level halt wirklich überhaupt noch gar nicht und deswegen gehe ich hier dann auch mehr auf steine und holz ist in dem fall auf jeden fall wichtiger vielleicht auch mal so ein sand uhren paket hier zum event kann man es auf jeden fall mal mitnehmen ja schon weiter mal hier auf dem server muss nämlich natürlich und heißt das fängt ja gut an muss ich mich ein bisschen umgewöhnen weil hier muss ich nach stärke oder auf stärke achten damit wir hier auch ein paar tränke uns gleich beschaffen können hier mal ein bisschen pilze sparen hier auf dem server so und wir nehmen einfach alles mit was wir kriegen können ja alles was uns unter die fingernägel kommt hier das wird hier rausgegriffen verkaufen wir einfach mal ich weiß ich habe ich hier noch ok nur zwei edelsteine ja viel gold habe ich nicht auf tasche die stadtwache endet gleich da kriegen wir noch mal ordentlichen batzen meine zeitmaschine möchte ich noch nicht unbedingt abholen ansonsten haben wir jetzt erstmal keine weiteren gold einkommensquellen die uns jetzt hier mega hart boosten so aber ich denke mal ist auf jeden fall ratsam hier erst mal ein bisschen sich einzudecken mit ein paar tränken das kann man auf jeden fall machen ich meine das hält natürlich erst mal ein jährchen so ne aber in einem jahr ich weiß nicht wie hoch ich dann sein sollte dann kosten die tränke aber schon um einiges mehr deswegen kann man auf jeden fall mal machen so aber wir gucken erst mal wir geben erst mal unser ganzes geld aus was wir hier jetzt uns mühsam angespart haben ja moin hier haben wir sogar ring of desire ja aber bringt uns jetzt nicht großartig weil man haben wir ein paar epics ok ein paar haben wir noch ja wenn mal die quest sein sollte ich zerlegt ja momentan gehen oder nicht zerlegen ich schmeiße jeden tag was ins klöchen das heißt wir können auch gleich mal hier das rein werfen so dann haben wir wieder einen platz mehr hier im inventar und auch bald die aura auf stufe 20 heißt wir können auch bei wasser und dane und da freischalten auch sehr hilfreich und sehr nützlich ist natürlich für mich als krieger enorm wichtig weil das ja das stärke attribut ist und deswegen das muss ich mir auf jeden fall noch gönnen in zukunft so ich weiß gar nicht brauche ich eigentlich noch meine schwarzen steine ich glaube wir haben uns letzt mal komplett ausgerüstet 46 ich glaube wir haben es ja letzt mal komplett hier auch die begleiter alles mit schwarzen edelsteine ausgerüstet das heißt ich glaube ich brauche die schwarzen edelsteine auch gar nicht aufbewahren ich glaube das alles platzverschwendung ja ich glaube die können wir direkt wegschmeißen aber auch wieder ein bisschen geld auf tasche so und dann können wir weiter blättern das wird schon mal auf den zack so und dann gucken wir mal was wir ja wie weit wir heute mit dem gold kommen ja und ansonsten wie gesagt ich bin sehr zufrieden auf w50 momentan gerade ich bin hier noch am schatzkammer ausbauen das ist jetzt so meine priorität die ja ich erst mal auf 45 hoch damit wir hier erstmal die gemächsten plätze hier die noch freischalten können damit wir ordentlich ja ordentlich uns sachen aufbewahren können falls die hexen mal irgendwas fordert so wie heute habe ich ja brustpanzer aufbewahrt und die kam ja dann auch mal irgendwann zum glück mal so ran das ist natürlich immer ziemlich nice deswegen aber wir haben ja letzt mal gesehen in dem event zeige gibt es jetzt auch das öfter mal so ab und zu so ein hexen event was natürlich auch ziemlich hilfreich ist das heißt man kann sich auch öfter mal viele sachen aufsparen im inventar im inventar und die dann mal irgendwann los werden und vor allen dingen auch ja den wirbelwind hoch den hätte ich noch mitnehmen können den wirbelwind auch ein bisschen pushen können das ist natürlich auch eine coole sache weil das ist jetzt so auch momentan der grund warum ich so ein bisschen warte noch mit dem wirbelwind da geht natürlich ein bisschen was jetzt seitdem upgrade mit dem neuen stein ich glaube auch aber auch nicht zu viel ja aber ein bisschen bisschen geht wird auf jeden fall will aber nicht allzu viel machen weil das alles wertvolle items hier immer diese dieser gürtel ne also ich weiß nicht was die sich dabei gedacht haben hier mit diesen vergleichen der gürtel ist absolut das überschneidet sich immer dass das einzige item was sich überschneidet so von denen von den dings her von den stats wenn man sich die anschauen will das ist ultra nervig keine ahnung du kannst ihn sonst wohin packen hier den gürtel der überall ist der im weg mit dem vergleichen hier ja um oder mal dass das gold zu sehen einfach mal so aber ich glaube der ist jetzt nicht allzu viel fünf ich glaube fünf millionen oder so ist der wert ja übel nervig wirklich das einzige als alle einer alle anderen items sind halt von der stelle her werden die halt irgendwo anders angezeigt so dass es halt nicht stört nur mit den werten aber der gürtel der gürtel der ist absolut im weg so 100 sanduhren wieder gegrabt hier dadurch dass wir halt auch alle tränke mitnehmen ist das natürlich auch ziemlich preisintensiv und wir kommen gleich anszenen jetzt haben wir kein geld mehr jetzt für broke und wir können jetzt erstmal keinerlei weiter ja wir müssen halt auf die stadtwache jetzt warten und danach geht es noch mal ein bisschen weiter ich weiß gar nicht wie viel ich jetzt momentan gerade bekomme auf meiner stufe hier drei bier in der taverne trinken ansonsten habe ich hier jetzt erstmal nichts was mir jetzt gold bringt deswegen machen wir jetzt erstmal noch mal die kämpfe hier ziemlich schwierig wir sind wo sind wir auf 45 ja da kriege ich glaube ich jetzt meistens aufs maul von den ganzen leuten hier mal schauen wie es aussieht ja okay ein bisschen glück aber meistens er habe ich ziehe ich eher die pechkarte viel höher als ich glaube 40 oder so komme ich hier auch nicht da muss ich halt die richtigen gegner wirklich aussuchen und das ist halt ja auch ab und zu ein bisschen random wenn ich mich hier so auf 44 halte ist das schon echt gut ja nehmen wir einfach mal den hier gucken uns mal den kampf an wie es aussieht ja auf der stufe ich habe mir ich habe mir letzt mal nicht so gedacht ich gucke mir eigentlich kaum die arena kämpfe an so die werden einfach immer so durchgeskippt für die daily quest so ne aber ja so richtig anschauen tut man sich das nicht sind ja auch ganz andere schadenswerte und alles sowas ganz andere falls als jetzt auf meinem main zum beispiel da wo man jetzt halt nur die fetten krit zu sehen sind und generell als magier ja komplett anderes kampfschema entweder kritik der gegner oder man kritik selbst und dann ist man entweder one hit oder two hit oder der gegner ist one hit oder two hit aber das sind hier auch noch mal komplett andere andere kämpfe hier und habe ich mir so generell noch gar nicht so weiter angeschaut ja so die stadtwache ist gleich durch das heißt wir können hier gleich ein bisschen weiter fahren gürtel sind heute leider nicht erwünscht aber brustpanzer oha da haben wir mal glück gehabt so können wir direkt weiter shoppen hier so einfach geht das nämlich so und die stadtwache ist jetzt auch fertig bekommt das aber wenig das aber sehr wenig was wir hier bekommen durch die stadtwache aber gut wir sind ja auch noch nicht so hoch vom level gut da geben wir das gold was uns jetzt noch zur verfügung steht aus für tränke und sand uhren wir nehmen alles mit was wir kriegen können falls ich nicht wie eben gerade in der eile irgendwas hoch oder jetzt eben wenn so ein pot nach einem pot aufkommt dann kann ich da auch nichts für ja dann ist mein es mal ist ja ist meine hand schon auf der enter taste und bereit für die nächste seite so deswegen kann mal passieren dass ich hier was verpasse wenn zum pot hinter einem pot auftaucht oder so den nehmen wir noch mit 17 million gold haben wir noch mal schauen wie viel und wie weit willkommen ein jahr an tränken werden wir wohl nicht mehr erreichen das ist ja dafür haben wir jetzt momentan gerade nicht genug da könnten wir ein bisschen questen natürlich da bekommen wir natürlich deutlich mehr gold obwohl ich momentan halt wirklich eher so auf erfahrung gehe jetzt gerade auch am erfahrungs event und generell auf der stufe ist es halt eher ratsam auch auf erfahrung zu gehen und würde ich euch auch empfehlen ihr könnt immer egal an welcher stelle es ist nie zu spät um auf gold zu switchen aber es ist oftmals zu früh um auf gold zu switchen wenn ihr versteht was ich meine so ne also geht lieber ein bisschen später auf gold weil ja umso höher ihr im level seid das gleicht sich nachher alles aus um so weiter seite denn den anderen die vielleicht früher auf gold gegangen sind aber vom level her so weit behind sind ja dass die die halt eben nicht so viel gold generieren wie ihr die halt eben auf erfahrung gegangen seid so ne deswegen also wenn ich heutzutage jemanden raten müsste auf was oder ab wann steigt man so um ich habe auf meinem main bin ich ein bisschen spät um geswitcht also da habe ich ab ja ich glaube ab 490 habe ich nachher angefangen so hybrid zu spielen so ne also die besten quest und so und ab 510 520 bin ich nachher denn komplett auf gold dann umgeswitcht oder besser gesagt die kürzeste quest habe ich immer genommen auf ein battle match habe ich ähnlich gemacht so um die 500 ich würde euch wirklich empfehlen wenn ihr lange spielen wollt geht so um die stufe 500 pipapo so auf gold das ist denke ich mal ein guter richtwert alles andere ist meiner meinung nach ein bisschen zu früh so muss aber auch jeder selbst wissen ja guti alles klar ich werde die alu jetzt für mich einfach so weiter klicken ist jetzt nichts weiter spannendes zu sehen also wenn es euch gefallen hat lasst gerne bewertung kommentar dazu da ansonsten wünsche euch noch einen superschönen tag vielen dank fürs zuschauen haut rein und bis zum nächsten mal